War schon, ja, aber, puh. Schnapp sie! Wie, was heißt hier schnapp? Ja, da kommen gleich wieder Nazi-Zombies an. Alter, fff. Nimm sie fest! Boah, hallo, was ist denn hier los? Alter, der stirbt ja nur. Was ist denn hier los? Freunde, hab ich irgendwas verpasst? Autsch! Ach, du Leber! Scheiße! Ach, du Leber! Autsch! Ups. Ach, du Leber! Scheiße! Ich sollte mal was nehmen. Komm, hau die rin. Und jetzt machen wir mal kurz ein Prozessor. Äh, mit was am besten? Ja, ist ja nur Einzelziel, bedingt. Ach, dann machen wir es einfach mal auf die Herkülle, Micha. Mein Unleben! Das sehe ich auch so. Ach, du Leber! Ach! Autsch! Autsch! Mein Gott! Ja, wir haben die Nazi-Zombies besiegt. Wow. Wir haben es noch drauf. Yeah. Ich bin sowas von begeistert. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Begeisterung ausdrücken soll. Wow. So, ab nach Hause. Wir haben keine Zeit für euch. Wir sind wieder zu Hause. Da, 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 zu Hause. Wieder in der normalen Welt. Irgendwo ist es schöner als zu Hause. So. Nehmen wir mal ein Taxi, würde ich sagen. Keine Zeit für euch. Und zwar werden wir jetzt mal kurz zu Jimbo gehen. Damit wir die fertig haben. Und dann habe ich nämlich eine Idee. Wisst ihr? Ich nehme mir einen Plan, mein Freund. So, Jimbo's Cans. Na, hoffentlich werden wir jetzt mit was Wow belohnt. Mehr oder weniger. Was kann ich für dich tun, Neukid? Hier. Oh, ich liebe Spiders. Ich hoffe, dass du das auslösenst. Ich kann nicht erwarten, was du nächstes töten möchtest. Wie? Äh. Alter, ich habe gerade... Äh. Nee, nix verkaufen. Alter, ich habe gerade... Äh. Ich habe die... Ich habe den Schlüssel. Na, endlich. Jo, die Londer. Dann mach mal auf hier. Die... Alter. Oh. Granate der Fall... Was ist das denn? Alaskischer Walfänger? Äh? Beluga? Ach so. Hä. Hm. So nett. Dreimal. Stark gegen Schilde. Hm. Stark gegen Rüstung. Hm. Untersuchen. Hm. Okay. Also. Äh. Äh. Abwehr erhöht. Zu Beginn eines Kampfes. Das ist vielleicht nicht schlecht. Also Schildkröte, ja. Aber der Rest... Aber der Rest... Hä? Äh. Hätte man sie vielleicht auch sparen können. Vielleicht. Also nur... Aber nur vielleicht. Freunde, ihr habt mich enttäuscht. Ich bin... Ich... Ich bin enttäuscht. Ja? Also... Nee. Nee. Also... Pfff. Ich gehe ja. So. Gut. Jetzt haben wir die Enttäuschung hinter uns. Dann würde ich mal sagen... Irgendwas wollte ich jetzt noch. Genau. Ich wollte in die Kanalisation. Ähm... Wo waren die scheiß Kanalisation? Ich muss in die Kanalisation. Äh? War das nicht hier irgendwo? Naja. Hier müssen wir eh hin. Aber... Aber ich wollte ja hier hin. Weil... Ich will die Krabbe fertig machen. Nee. Stopp. Halt. Wir nehmen einen anderen Weg. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. Schnauze. Was knuspern die da oben? Ist das eine Nazi-Katze? Äh... Was knuspern die da oben? Hab ich vielleicht noch was auf der Bank? Ich will mal gucken. Alter. Stimmt. Ach, scheiße. Ich hab die kananischen Dollar noch. Ei, ei, ei. Das ist jetzt aber... Hui. So, mein Freund. Willkommen in der Bank von South Park. Würdest du dir heute mit uns investieren? Eine smarte Wahl, Kind. Erstes, was wir tun, ist, das Geld nehmen und investieren in einen Colorado-tax-freien Municipal-Bond-Fund. Und dann geben wir den Dividend an meinem Freund bei Goldman Sachs. Der wird es an seinem Freund bei JP Morgan geben, der hat eine Libor-adjusted Cross-Currency-Obligation und es ist gut. Tja, geil. Hat es ja voll gelohnt. Darf ich jetzt die Bank auch ausrauben? Ich wäre dir sehr dankbar. Weil ich wollte meine Vlog-Reihe fortführen. Nicht. So, wo war denn der Scheiß? Du bist der neue Kind, den ich überhört habe. Schiebst du dir sonst wohin? Ich habe keine Zeit. Ich muss hier runter. Äh. Ich muss hier. Ah, jetzt. Läuft doch. Weil ich habe hier was mit einer Krabbe zu klären. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Rappi. So, für schon lange Hintertragenschrei. Nagasaki. Falsche Taste. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Ich kann die Menschheit bequenzen! Und das ist alles dankbar zu dir! Danke, Band! Hell! Äh... Hallo, Freunde von der Crab-People! Ich bin ein Betreuer der Menschen! Deine anal-Heroigkeit werden nie vergessen! Wow. Ernsthaft? Was? Ehrlich? Alter, was? Was? Äh... Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Ich möchte Kinder von dir. Was? Was? Boah, wie geil ist das denn? Jetzt halt doch die Mutter fest! Der Tipp wird ja aber nicht... Okay, das ist es mit dem MP... Alter! Alles nehmen! Ja holla, die Waldfee! Na, Mensch! Da freut sich der Papa aber! Da bin ich ja doch echt... Äh... Versucht? Also, wir müssen ja auch... Weißt du... Also, demnächst, ne? Da... Hui! Also... Huiuiuiuiuiuiui! Also, nochmal gucken! Mhm. Hm? Ja? Hm? Äh... Ne, was war das? 100 Rüstungen, Alter! Boah! 100 Rüstungen! Scheiß doch die Wand an! So, da müssen wir was ändern! Sorry! Äh... Tut mir leid! Etwas schön mit uns! Aber... Ich... Äh... Äh... Krab... Krabbi? Hier! Wir laufen jetzt wie ne Krabbe rum! Die werden wir jetzt auch nochmal ändern! Mit ein paar schönen Sachen! Äh... Welche das jetzt nun werden... Das... Äh... Hä? Äh... Bin ich mir grad ein bisschen unsicher? Was ist das? Ne? Ist nicht so meins! Was ist das? 200 zusätzlich Schaden! Aber 200 nur! Das ist... Pfff! Pfff! Das ist gut! Abwehr erhöht! Das nehmen wir! Dann guck ich jetzt mal genau rein, was ich da für Dinger drinne habe, bevor ich das jetzt... So 15 Rüstungen zu... Äh... Das ist ja ein bisschen... Schwach! Achso! Wir haben da sowas... Äh... Echt? Wirklich? Pfff! Pfff! Na gut! Aber wir wollen ja jetzt dit anziehen! Mr. Krabs! Mr. Krabs! Ändern! Was haben wir da Rinn? Nö! Hier! Wir machen Rinn damit! Ich hoffe, mein Schwert ist einhändig! Ist das einhändig? Ich glaube ja, ne? Weil... Ich glaube... Ja! Ich weiß es nicht! Verdammt! Oh, die Axt sieht aber auch mega aus, alter Finne! Aber der Schwert! Alter! Der Schwert! Nein! Ich behalte das Schwert! Hier komm! Hier könnte man vielleicht sich was überlegen! Wobei der Schaden... Ist schon... Geil! Eigentlich! Also, ich glaube da werde ich nichts ändern! Habe ich da hier? Ja, habe ich schon! Okay! Dann ändern wir mal... Ach komm! Hihi! Was haben wir hier drin? Durch einhändig werfen! Nämisch! Ablegen! Und... Ich bin eine Krabbe! Ach, das sieht einfach cool aus! So! So! Die T-Po-Chat zweihändig! Die T-Po-Chat einhändig! Gibt es vielleicht noch was anderes Schönes? Äh... Ach komm! Nimm mal den Scheiß-Ende! Fertig aus! So! Jetzt... Pfff! Müssen wir natürlich unseren Style ändern! Komm! Nimm mal Bösewicht! Hahaha! Ach Gott! Sieht das Scheiß aus! Ja, Krabbengesicht gibt es ja leider nicht! Irgendwie! Ja! Komm, dann setzen wir die Brille ab! Oh, ein Monokel, oder? Ja! Monokel! Ich will ein Monokel! Ne, 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 ne! Den Bart müssen wir jetzt natürlich auch abnehmen! Wo ist das denn? Oh mein Gott! Nee! Nee! Dooley? Der Brille rein! Ahe... Ahhh, herrlich, herrlich! Ähm... Round, 2 Dabbenzentения! yeah! Yeah, yes! Yes, 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 yeah! Natürlich brauchen wir jetzt auch die passende Frisur! Ohne geht der Nummer gar nicht! Ohne geht ja nun mal gar nicht! Ich überlege! typisch... Spitzel je... Yeah, also, Leute, also, wenn ihr das jetzt nicht heiß findet, dann weiß ich auch nicht. Nee, sorry, also, pfff. Ach komm, nimm mal das. So, fertig, aus die Maus. Alter, 360 Rüstung. Holla, die Waldfee, jetzt kann's aber, jetzt kann's aber abgehen. So, jetzt müssen wir zu den Weibern. Äh, zu den Damen, entschuldigt. So. Äh, hallo? Wo sind die denn? Ach, da. Äh. Tama. Tuseweiber, tralala. Guten Tag. Ich fühl mich auch total unbesiegbar und so. Ja. Ready to go back? Mhm. Ja, okay. Auf den Schock muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. See, right here it says that five women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3.30 p.m. That's Heidi's mom. So Heidi Turner was the two-faced bitch. The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freakin' whore. Two-faced butt rag. Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass. But Heidi's really sorry. So we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! You serve the girls well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle. Sunshine. In line. Oh mein Gott, das kann ich mir. Oh, die Mucke. Yeah. Komm mir vor wieder wie im. Mega over. So, was gibt's hier? Freunde. Hm? You're really different from the other boys. Like, you aren't even gross. Oh mein Gott. That's a hot nose. Oh Gott. You're totally hot. Aha. The girls will be ready to help you, whenever you need us. Gut, dann wei ich mal das Radio aus. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. Heidi's having a slumber party. Oops. I almost forgot. Oh geil. Maustick. Ha. Walkürenrüstung. Also. 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 Hui. Hui. Vielleicht in einem anderen Leben. Oh Gott. Ja, unbedingt. Oh nein, was gibt's denn hier noch? Ach du großer Vater, was ist das denn? Chakram. Aha. Nett, nett. Oh yeah. Unbedingt. Das Alter, was ist das denn? Glitz. Oh nein. Oh mein Gott. Aber schon gar nicht mal schlecht, also zeig mal. Oh nein. Ich weigere mich. Sorry, ich bin ein Mann. So was war nicht. Oh no. Lederrüstung. Oh, das wäre doch was für mich, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine, da passt ja auch das Monouk und das rote Dings. Gut. Danke. Vielleicht in einem... Oh, ich habe eine Nachricht vom Kram. Mensch, gucke ich mir gleich mal an. Werde ich jetzt rausfinden, wo wir sind? Ah, ich wusste es. Mysteriöse Mysterien, Alter. So viel Platz haben die da drin. Aber, wir gucken jetzt mal, wir haben jetzt eine Nachricht vom Kram, man. 19 Freunde. Meine Fresse. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich habe immer wieder denselben Traum. Ich sitze in einer heißen Wanne und es wird immer wärmer. Dann wache ich auf, bedeckt von Panzersekretung. Ihhh, du bist so widerlich. Ja, ist richtig. Weiß ich. Achso, warte mal. Wir haben ja wieder Vorteile, ne? Jawoll, zwei Vorteile. Geil. Äh. Bei betäubten Zielen. Bei Feinden, die angewidert sind. Aha. Mein erster Angriff. Das wäre vielleicht was, ne? Eine Hunde weniger als normal. Was ist das? Hm. Das könnte was werden. Jupp. Was ist das? Achso, wenn ich schwer verletzt bin. Ah, ja. Was ist das? Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens. Och, puh. Ich glaube, das ist nicht... Deine magischen Angriffe mit Nah- oder Distanzwaffenbürgen... Hä? Angewiederten Zielen. Das könnte, das könnte was werden. Hier kommt, nehmen wir das noch. Magie. Sind wir jetzt hier over the top? Haben wir alles? Demnächst könnte auch mal wieder ein Level abkommen. So. Wir haben es jetzt, äh, uns... Die Schose... Ah ja. Okay. Ich muss zu Kyle zurück. Na, dann machen wir das mal, ne? Ich muss zu Kyle zurück. Ich muss zu Kyle zurück. Ich muss zu Kyle zurück. Ich muss zu Kyle zurück.